Pusher-Propeller ist sinnvoll, weil sie nicht den Luftflug über die Wendung verbreiten und die Wendung so viel mehr effizienter machen. Diese Piaccio wurde 1963 als Version B gebaut. Sie wurde 1965 zur Version C modifiziert. Das heißt, sie hat eine höhere Passagierzahl bekommen und ein anderes Triebwerk. Das Triebwerk ist stärker geworden mit 380 PS und auch ein anderes Fahrwerk. Gesamt ist das Modell eigentlich aus einem Amphibienflugzeug entwickelt worden. Von dem stammt vor allen Dingen dieser Knückflügel. Diese spezielle Flugzeuge wurde 1963 als P-166B-Modell gebaut. Zwei Jahre später, 1965, modifiziert zur neuen C-Version. Sie hat mehr Passagiere, ein Pilot und 12 Passagiere in einer hohen Density-Konfiguration. Sie hat auch eine stärkere Unterkaufnahme und mehr körperliche Angelegenheiten. Das ist 380-Horse-Light-Komings. Sie hat sich selbst von Piaggio als Demonstration-Aerkraft benutzt. 1980 wurde das Flugzeug von Piaggio von dem Hersteller selbst genutzt als Demonstrationsflugzeug. 1980 wurde es verkauft an eine Luftfahrtgesellschaft TransAvio, die es vor allen Dingen als Zubringerflugzeug von kleineren zu großen Flugplätzen eingesetzt hat. Die maximale Startmasse betrug 3050 Kilogramm, Geschwindigkeit 220 Knoten rund. Besonders bemerkenswert, ohne Ausfahren von Landeklappen und Fahrwerk, die Store Speed 73 Knoten. Reichweite bis 950 Kilometer. Und wir sehen hier jetzt die Vorführung mit Langsamflug. Fahrwerk und Landeklappen sind ausgefahren und entsprechend gering ist die Vorbeifluggeschwindigkeit. Gibt eine Range of 950 Miles. 1986 hatte das Flugzeug sozusagen seinen letzten Flug im ersten Leben und wurde abgestellt und sogar abgemeldet. Und 2002 wurde es von den jetzigen Besitzern der Finicotere Historical Restoration Group erworben und wieder instand gesetzt und flugfähig gemacht. Das brauchte neun Jahre und viele tausend Stunden, insgesamt 17.000 Stunden Arbeit, um das Flugzeug wieder in die Luft zu bringen. Also, 1986 war der Ende des ersten Lebens, wenn Sie sagen, es wurde abgemeldet, an Milan Airport. In 2002, die Flughafen wurde von der Fennecotta Historical Restoration Group alle Mitglieder der Italian Air Force eröffnet. Between 2002 und 2011, 17,000 Stunden von Arbeit wurden in die Flughafen in die pristine condition, die Sie jetzt sehen. Die Restaurierung historischer Flugzeuge wird vor allem die vergewaltigen Luftwaffe-Piloten italiengebildet. Sie haben den Erstflug im zweiten Leben am 2. November 2011 feiern können. Sie treten seitdem auf den verschiedensten Airshows in Europa auf. Was ist denn da mit Geburtstag? Glückwunsch! Ja, genau! An Geburtstagsfoto sind wir auch noch nicht schlecht, oder? Ja. Ach so, dann mach ich nur mal einen Punkt mit euch. Komm mal her. Ich stell mich noch mal so hin. Äh... Hä? 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 Untertitelung des ZDF, 2020